Aus Solidarität mit einer Leukämie-Patientin hatte ich mir vor einem Monat eine Glatze scheren lassen. Das blieb natürlich nicht ohne Folgen. Hallo, ich bin Ihr Arzt. Hari Krishna! Oh nein, 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 ich hab ne Glatze, aber ich gehöre nicht zu Ihrem Verein. Hallo, wie geht's? Ja, ich spiele sehr gut Tambourin. Hari Krishna! Er ist der Krishna, der beste Krishna! Nach unserer Tambourin-Session gaben sie mir ein paar Bücher mit. Aber ich bin nicht der Typ, der sich von sowas leicht beeinflussen lässt. Morgen, Dr. Dorian. Gebrisen sei Krishna! Verdammt!